Viel Spaß. Tschüss. Der kleine Marienkäfer war anders. Anders als seine Freunde, seine Familie und Lehrer. Denn während alle um ihn herum zehn kräftige schwarze Punkte auf ihrem knallroten Körper trugen, hatte der kleine Marienkäfer nur vier. Und eine davon war auch noch sehr, sehr klein. Bisher hatte das niemand gestört. Und so war der kleine Marienkäfer sehr erschrocken, als der dicke Robert ihn eines Tages, der kleine Marienkäfer war gerade dabei, seine Punkte in der Sonne zu putzen, einfach so umrempelte. Mit voller Absicht. Der kleine Marienkäfer Lars fiel hin und plumpste voll auf den Rücken. Alle, einfach alle lachten ihn aus. Und der dicke Robert mummelte, du gehörst hier nicht her. Schau dich mal an. Mit deinen mickrigen vier Punkten bist du doch eh kein echter Marienkäfermann. Während er sich zwei Läuse in die Backen stopfte. Und seither war nichts mehr, wie es war. Die anderen Marienkäfer fragten Lars nicht mehr, ob er mit zum Läusefangen gehen wollte. Und in der Schule saß er ganz alleine, in der hintersten Reihe, weil niemand mehr neben ihm sitzen wollte. Das machte den kleinen Marienkäfer ganz fürchterlich traurig. Und so sehr seine Mama versuchte, ihn auch zu trösten und aufzumuntern, nichts konnte die Einsamkeit gut machen, die den kleinen Marienkäfer nachts nicht schlafen ließ. So konnte es nicht weitergehen. Er musste irgendwas unternehmen. Nur was? Nächte lang lag er wach und grübelte. Und als eines Morgens die Sonne gerade aufging, da hatte er eine Idee. Die fehlenden Punkte, die mussten ja irgendwo sein. Er musste sie einfach nur finden. Dann würde er aussehen wie alle anderen und alles würde wieder gut sein. So wie früher. Also packte er heimlich ein paar Dinge für die Reise in seinen Turnbeutel und schlich heimlich aus dem Blätterhaus. Er war noch nie alleine verreist. Ja klar, bis zum Teich am anderen Ende der Wiese. Da war er mal gewesen. Aber weiter? Niemals. Er wusste auch überhaupt nicht, was hinter dem Teich lag. Und ja, er hatte ein flaues Gefühl im Magen. Aber davon durfte er sich jetzt nicht aufhalten lassen. Und so zog er los. Über die Wiese bis zum Teich. Und nach einer kleinen Rast am Ufer weiter. Ins Ungewisse. Das Ungewisse war eine weitere Wiese. Sie war viel größer als die, wo der kleine Marienkäfer wohnte. Und auch ihre Bewohner waren viel größer als Lars und seine Marienkäferfamilie. Lars nahm seinen ganzen Mut zusammen, stellte sich direkt vor einen der großen Wiesenbewohner und sagte, Hallo, ich heiße Lars. Ich bin ein Marienkäfer. Und du? Das große Wesen beugte sich hinab und grinste. Hallo, Marienkäfer Lars. Ich bin die Elma. Ich bin eine Kuh. Lars erklärte Elma vom dicken Robert, von seinen verlorenen Punkten und davon, dass er sich aufgemacht hatte, um sie wiederzufinden. Doch Elma schien sein Problem nicht richtig zu verstehen. Es kommt nicht auf die Punkte an. Suche lieber mal deine Flecken, mein kleiner Marienkäfermann. Aber Flecken wollte der kleine Marienkäfer bestimmt nicht. Da würde der dicke Robert ihn ja erst recht auslachen. Aber er wollte Elma auch nicht verletzen. Also bedankte er sich artig für den Fleckenrat und zog weiter. Einige Marienkäfermeilen später war der kleine Marienkäfer ziemlich durstig und deswegen sehr froh, als er einen See sah. Er ging zum Ufer, trank ein paar Marienkäferschlücke und entdeckte ein witziges Wesen. So eines hatte der kleine Marienkäfer noch nie gesehen. Es sah aus wie eine Henne oder ein Hahn. Der kleine Marienkäfer wollte das genauer wissen. Außerdem konnte das Hennenhahnwesen ihm vielleicht helfen, seine Punkte zu finden. Also fragte er nach. Ich bin weder Henne noch ein Hahn. Ich sag's dir aber gerne ganz genau. Ich bin ein wunderschöner Pfau. Der Pfau drehte sich einmal im Kreis und sagte dabei, dass außerdem doch jeder weiß, dass Punkte nichts taugen. Voll aus der Mode. Schick und modern sind nur bunte Augen. Der kleine Marienkäfer fand den Pfau und sein Augengerede irgendwie seltsam. Der kleine Marienkäfer hatte genau zwei Augen und die reichten ihm eigentlich völlig aus. Aber als der Pfau ihm eines seiner Augen mitgeben wollte, traute er sich nicht wirklich Nein zu sagen. Also nahm er das Pfauenauge dankend an und machte sich wieder auf den Weg. An einem Baum machte er Rast. Und während er da saß und sein Läusebrot aß, trottete ein Pferd vorbei. Aber es war kein normales Pferd. Es hatte Streifen. Und auch wenn der kleine Marienkäfer eigentlich gerade Punktesuchepause machte, erzählte er dem besonderen Pferd seine Geschichte. Na, aber du kleiner Marienkäfer, was sprichst denn du da? Ich bin doch kein Pferd. Ich bin ein Zebra. Und such du mal lieber ein paar Streifen, weil auf Punkte kannst du wirklich pfeifen. Dann trabte das Zebra-Pferd weiter und der kleine Marienkäfer fand, dass es wirklich sehr erstaunliche Wesen auf dieser Welt gab, die alle sehr unterschiedlich aussahen. Und während er so da saß und dachte, merkte er, dass er ziemlich glücklich war. So sehr, dass er leise seufzte. Was seufzt du hier so rum? Ich will nicht unhöflich sein, doch frage ich mich warum. Der kleine Marienkäfer erschrak. Wo kam diese Stimme her? Er drehte sich um und lief einmal um den Baum. Doch da war niemand. Äh, hallo? Ich kann dich hören, dich verstehen, aber ich kann dich leider gar nicht sehen. Mach dir keinen Kopf, du Punkte-Mann. Das Nicht-Sehen liegt daran, dass ich mich gut verwandeln kann. Und noch während die Stimme das sagte, entdeckte der kleine Marienkäfer ein Wesen mit kugelrunden Augen. Und ein Körper, der gerade noch aussah wie der Baumstamm und jetzt knallrot war, wie er selbst. Und vier schwarze Punkte waren da auch. Verzeih mir, ich wollte dich wirklich nicht erschrecken. Ich hörte nur von deiner Suche nach Punkten und all den Streifen, Augen und Flecken. Weißt du, ich kann wirklich alles sein. Mal sehe ich aus wie du, mal wie ein Schwein. Und immer wieder sehe ich Wesen wie dich, die sich verändern möchten äußerlich. Zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu dunkel, zu rot, zu grau, zu grün. Doch all das ist egal, hat keinen Sinn. Denn was wirklich zählt, ist in dir drin. Der kleine Marienkäfer blickte in die kugelrunden Augen des Wandelwesens und fand, dass das ein sehr brauchbarer Rat war. Und er war sehr froh, weil er inzwischen ganz schön müde war vom vielen Punkte-Suchen. Er kletterte mit dem Wandelwesen ganz nach oben auf den Baum und während sie sich den Sonnenuntergang ansahen, verwandelte sich das Wandelwesen und strahlte wunderschön orange. Und der kleine Marienkäfer? Der strahlte auch. Denn er hatte zwar keinen einzigen Punkt gefunden, aber dafür einen Freund. Und die fehlenden Punkte hatten ihn ja ohnehin nicht gestört. Nur, dass er so einsam gewesen war. Und so saßen sie da. Das Wandelwesen und der Punkte-Mann. Und eine wunderschöne Freundschaft begann. I would like to be The one Oh, I would like to be The one